ja ich bin gestoppt durch die kappkanten laser ding zu meiner mutter klären wie sie ja die block ausmacht die blocker die werbung im internet block ist blocker weil abkürzung für edward heißen die blog habe ich eher an die blocker hd blocker ich möchte kein hd haben ich gewinne jetzt die runde mit meinen freunden nein ich bin noch dabei alex den regenwald ich glaube sehr oben oben wo wir eben in der ersten runde verkackten wie kommt man dann du musst irgendwo etwas finden was aussieht wie eine treppe ein kapp kann sieben dunkle geschosse überstehen aber ich habe es geschafft am anfang bist du nur drohend sein aber einmal auch der helle schein bambam bambam das ist mit dir nur falsch gelaufen die aufmacht öffnen öffne hier das verstärkt mann ich auch noch nichts auf die sind alle tot zu spät und trug die stadt weder geißel weil ich hier durch den schacht bei speichern ich auch bringe schossern manche hier sprengen auch sehe ich nichts aber man hat man ja gott sei dank und das ist praktisch ist der drinnen überhaupt jemand? ach komm da war jemand kann ne drinschießen, das gibt's doch nicht, aber der raus verletzungsassist oh hier links ist einer wo ist denn links? da, markieren gerade, der bewegt sich auch kein stückchen was sehen? der Anna hockt glaub ich im Trepperhaus im Trepperhaus? oder auch nicht oder der steht einfach nur rum nee, hab ich ja gesagt, der steht einfach nur rum der im Trepperhaus, der hat doch nur rum was sagst du? habt ihr sie auch gesehen? der war nur APK in der Wiederholung bist du gerade bei mir durch die Decke geschwebt ja, das ist wenn du kopfüber bist, backt das Ding immer rum ja, bei mir ab ist sie sah jedenfalls ziemlich göttlich aus und ich kann mich entscheiden scheißdreck scheißdreck oder megascheißdreck? ich bin megascheißdreck das ist so schlecht du kannst das Ding nirgends hinstellen das Ding ist unnötig ja, das verbraucht, das hat eine zu große Hitbox da ist es echt cool auf dem leeren Parkplatz ne, hier in der Bank in der Gavage und dann durchgerotzt ja, das Problem ist du bist immer auch sehr leicht zu töten auch in der Ecke stelle könnte ich das müsste funktionieren wie bei Battlefield dass das Ding irgendwo irgendwo aufsetzen kann ja, oder als Automatik geschützt ist ja auch geil, der direkt Headshots verteilt Verbrüstung für euch alle danke haben wir noch jemand von euch hier irgendwie die das Gebäude wechseln ne, ich hab hier mein Mg der feine Herr mit seinem Angeber Mg was hast du? ich wollt hier raus wieso kann ich hier denn raus? weil, da haben wir die Zeit abgeladen ist nur in 10 Sekunden kannst du raus mach das schon logisch ich hab das schon ein bisschen verstanden Alex ich wurde gespottet du wurdest verspottet? gateparty gateparty da ich bin hier sind ich bin mir im Mg ziemlich gut eigentlich der reißt mir immer alles in das ist nur ein Schild vor mir geht schön wuuu geldfahrer ich hab auch schon Rauchgranaten danach zerschießt das gute Geld raum und mehr eine Geisel im Park und an das Feierabend danke fürs Geschütz und jetzt irgendwo schießt das schießt das das war wohl nix schlechter Gedanke ach komm Arzell ist tot mhm? auf dem Dach ist Thermite das machen die denn da sind die dem nicht und doch unter ich glaub die prügeln sich dadurch das teile ich mal ein bisschen oh da steht der da mit dem Schild der dran oleg ne jetzt nicht mehr ich hab durchs Fenster geschossen wie du hast durch sein Fenster geschossen? hab durch sein Fenster geschossen hab durch sein Fenster geschossen ja ich hab echt genutzt wuuu Schild ok draus ist keiner mehr noch ein Schild ja hier hier drüben ist er ich hab die Copy gerade durch den Schacht beschossen Kevin Kevin spring raus und dann übers Geländer hinter hinter ihn oh schade dort zum Beispiel ich hab ne abgelenkt hier hast du eine Line ziehen muss ja einfach dreist sein ja Gott er war so beschäftigt mit Kugeln von zwei Leuten abzuwehren ich glaube er dachte dass es zu viel für dich ist und du fliehen willst Alter er hat alles gerade ausgeschossen er musste sich ja verteidigen er konnte Schildchen wegziehen er hat sich ein bisschen umgedreht und hat die Irne getötet ja das war ne Patz-Situation das hat mal Schachmatt hätten wir so gleichzeitig auf der noch rechts gehen und auf der Tim schieße er hätte Tim Messer mit so uns schieße ich würde ja cool finden wenn bei den Schild was? ja wir haben gewonnen oh er hat mich gekillt oh oh tut mir leid das war unversehen ach wie geil tut mir leid das war mit Absicht oh ok wir haben sich selbst gestört hier darf es auf wenigstens naja da haben sich da haben wir nur sein Nitro-Hindy oben gesehen mach wow